Guten Morgen, YouTube. Willkommen zu einem neuen Unboxing mit mir und dem Ampackemeer. Ups. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich hab sehr gut geschlafen, ein bisschen was getrunken und ja, ich hab einen kleinen Kater, aber egal. Ja, wie ihr seht, hat der Thorsten vier Spiele gekauft. Einmal Monkey Island Collector Edition, Zelda Twilight Princess, One Piece für den DS und für die Playstation als WRC One Ready Championship. Ja, die hat der alle sich bei Ebay gekauft und hat allen Unboxen zusammen gemacht. Ja, und wir fangen jetzt mal an und übergeben den Torti. Also Torti, an dich. Dankeschön, Bärch. Dankeschön, Schatz. Ja, also er hat es ja gesagt, ich hab die alle vier bei Ebay gekauft. Zum Beispiel das Spiel hier, WRC Fiat World Rally Championship für die Playstation 1. Für einen Euro gekauft und ja, dann haben wir es mal mitgenommen für einen Euro, wo sag ich nicht nein. Jetzt tue ich da was, was viele sagen, nein, tue es nicht. Doch, ich öffne es. Ist zwar jetzt nicht so das gute Rallye Spiel, ich hab die Demo damals gespielt, so Arcade-lässig und ja, kommt nicht in die Region eines Rallye 2 oder eines Colin McRae Rallye 2. Das Cover sieht ganz okay aus. Wie gesagt, es ist mehr Arcade, die Grafik war jetzt auch nicht so Bombe, war auch deswegen damals nicht so teuer. Spüre die rohe Leidenschaft des Rallys fahren. Komplett mit Audio-Navisations-Beifahrer. Teste deine Grenzen in allen sieben offiziellen WRC-Wagen. Jeder mit seiner einzigenartigen Fähigkeiten. Messe dich in Freunden, in Zweispielermodus. Da werde ich es jetzt nicht tun, weil es ist auch nicht so toll. Mario-Card-Werbung, die CD ist jetzt auch nicht so besonders, aber für einen Euro, sag ich doch nichts. Hier Arcade gibt es hier, bevor es losgeht, Controller, ja, kriege ich mal, Papier riecht aber endgall. Ja, so, kommt gleich eine Brottüte rum, dass es geschützt ist und ja, das nächste Spiel ist dann One Piece, kam glaube ich im Juni oder so raus. Gigant-Gigant-Battled, glaube ich, heißt das, ist von Bandai oder ist das von Namco-Bandai? Ja, Namco-Bandai, Bandai eben, ja, ist ein Beaten-up, würde ich sagen. Hier steht, stelle deine eigene Crew zusammen und werde der mächtigste One Piece-Pirat. Geht es zu zwei bis vier Spielern, drahtlos Einzel-Kartenspiel. Zwei Spielware, Spiele, Piratenfiguren, Ruffy, Chapa, Ace, Blackhand, Crocodile, Ridebreed und 71 Supportfiguren. Süd, äh, also so sieht es ja mal ganz okay aus. Okay, wo ist denn die Schlaufe? Hier war doch Anco die Schlaufe, oder nicht? Ja, es hat keine, doch, es hat nur Anco die Schlaufe hier. Anco ist hier die Schlaufe. Sonst, äh, ja, kriege ich den Affen, wenn ich das jetzt nicht aufkriege. Wartet mal kurz. Ich fixe es nicht auf, dann muss ich es halt hier oben aufmachen. Vielleicht auch keine Nägel, super. Geht denn die Schlaufe hier nicht auf? Mach ich die Hülle schon, äh, aus? Naja. Ein Schlüssel hier. Warte mal kurz, ich gehe kurz mal öffnen. So, bin wieder da. Jetzt habe ich es geöffnet mit einem Messer. Ist doch so blöd gewesen mit der Schlaufe hier. Die war irgendwie nicht vorhanden. Obwohl es abgedruckt war, hinten auf der Rückseite. Tut mir leid. So, das Motiv finde ich sehr cool. Ich habe zwölf Jahren freigegeben. Auch tut mir der Finger weh. So sieht die Cartridge aus. Nichts Besonderes. Hinweise zeige ich nicht. Anleitung ist ziemlich dünn. Jo, nichts Besonderes. Duftet aber ganz nett. Die Anleitung. Und ich denke, es wird Spaß machen. So, das nächste Spiel, was sollen wir denn jetzt auspacken? Sagen wir mal, Philosophie, Entschuldigung, wie das N460-Spiel. Das klebt aber hier ein bisschen. Weil, keine Ahnung, da war wohl Aufkleber oder so drauf. Ja, jetzt habe ich endlich Legenda of Zelda Twilight Princess. Jetzt am 19. oder 18. oder 17. kommt hier das neue Zelda raus. Das ist diese Nintendo Select Edition. Stört mich jetzt nicht. Werde ein Teil der Legende, das gewaltigste Zelda aller Zeiten, Prinzises zielen durch einfaches Zeigen auf dem Bildschirm. Verwendet die Wii Fernbedienung und Nanschlag und Schwert und Schild zum Einsatz zu bringen. Anzeige Bildformat 16 zu 9. Nur auf der Wii. Jo, sieht sehr cool aus. Mir gefällt das Zelt auch sehr gut, weil man hier sich als Wolf verhandeln kann. Und ich wollte es ja eigentlich immer wie ein Gamecube haben. Und ja. Jetzt habe ich es erstmal auf der Wii. Und ja, hier war auch ein bisschen blöder Aufkleber drauf. Keine Ahnung, aber zum Glück ist die Hülle wie neu. Das Spiel ist ab zwölf Jahren freigegeben. Und das sieht hier auch cool aus mit dem Wolf und Zelda. Ja. Hier hinten ein paar Bildschirm. Ah ja, ein Spieler, kompatibel zu EDV und HTV. Ja, die DISS sieht auch ziemlich cool aus. Nintendo-Punkte. Die Anleitung sehr dick. Selber Motiv. In Farbe natürlich super. Mit schönen Bildchen. Genau wie ich mir das wünsche und immer. Am besten finde. Und da duft mir natürlich auch. Riecht auch sehr gut. Und natürlich die Wii-Werbung. Gehen wir auch mal kurz durch. Die Hinweise brauchen wir jetzt nicht. Die schwarze Wii und die weiße Wii. Wii Party. Mario Kart. E-Fig Plus. Oh, Mario Galaxy gibt es hier auch schon. Muss ich mir auch noch holen. Das ist die neue Serie von Nintendo. Kosten im Schnitt die Spiele 22 Euro. Ah ja, ich habe für das Zelda hier 15 Euro bezahlt. Bei Ebay. Für das Rally-Spiel 9 Euro. Für das One Piece-Spiel 19... Ja, 20 Euro kann man sagen. So. Und das letzte Spiel ist Monkey Island. Spezial Edition, Collector Edition. Auch ab 12 Jahren. Deutsche Software mit englischer Sprachausgabe. Von LucasArts. Enthält Exorcist Bonus-Material. Was für ein Affentheater. Best of E3. Witzige Charaktere. Eines der besten Adventure-Spiele überhaupt. Zum ersten Mal sind beide Monkey Island. Spezial Edition Abenteuer zusammen in einer Box erhält. Die Spiele spielen sie immer wieder und erstmals mit diesen Features. Signature Spezial Edition Features. Überarbeitet modernere Grafik, Musik und Sprachausgabe von Mitgliedern des ersten ursprünglichen Monkey Island Teams. Zähne für Zähne integriert. Zusätzlich gibt es ein Tippsystem im Spiel. Expandant Spezial Features. Direkte Charaktersteuerung, Objekt-Hervorhebung, künstliche Einblicke hinter den Kulissen und vieles mehr. Plus, bislang unveröffentlichtes Bonus-Material. Einschließlich Konzept-Grafiken. Beide spezialistischen Spiele und komplett überarbeiteten Soundtricks. Setsch mit Storyboard. Ahhhh... Insultual Light- und Magic-Konzept-Grafiken einer nie gezeigten animierten Monkey Island-Filmsequenzen. Ein Spieler braucht 6400kb, 720-1080p. Gibt es auch für die Xbox 360, möchte ich noch erwähnen. So, packen wir es mal aus. Das Motiv finde ich sehr gut. Das Spiel ist auch nicht teuer, glaube ich. Ich glaube, normal kostet das schon 25 Euro. Ich habe es für 5... 16, glaube ich, war es gekauft. Joa. Hier ist ein Code, glaube ich, drin. Der Hintergrund der Hülle ist weiß. CD sieht so aus. Gucken wir mal kurz wegen dem Code. Ja, okay. Den verdecke ich dann einfach mal. Hier ist der Code. Kaufe ich eine PlayStation Home Monkey Island Voodoo Deko-Puppe. Die ist auch ziemlich dünn, die Anleitung. Das ist jetzt auch nicht so besonders, würde ich mal sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Ja, kann man sagen. Zehn Seiten, nichts Besonderes. Ja, das waren vier Spiele in diesem Video. Nintendo DS, PlayStation 1, Nintendo Wii und PlayStation 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zehn Minuten dauert es jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne neue Woche. Ich und Herr Parkin mir sagen, auf Wiedersehen. Kommentiert und bewertet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut. Oh, meine Stimme ist wirklich sehr. Ich bin krank. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.